0-4 bei SGS Essen für den Pokal. Schönes Resultat. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns um den Sieg und freuen uns natürlich auch um den Einzug in das Fittelfinale. Du selbst hast ja auch zwei Tore gemacht. Das macht richtig Spaß, aber auch im Zusammenspiel läuft das ganz gut, ganz locker. Ja, heute hatten wir echt einen Lauf. Wir haben gut miteinander gespielt nach vorne und haben die Chancen benutzt, die wir hatten. Ja. Nächste Woche kommt es wieder hier nach Essen. Wie siehst du noch schon aus? Das ergibt einen Boost und das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass wir heute gewonnen haben und wollen natürlich auch das zweite Spiel gewinnen. Wir können uns nicht auf dem, was wir heute gezeigt haben, ausruhen, sondern müssen nächste Woche nochmal dasselbe liefern, damit wir drei Punkte mitnehmen. Okay, dann wünsche ich ganz viel Glück und wir sehen uns nächste Woche. Dankeschön. Danke.